Alphons, wo stecken Sie? Würden Sie sich gefälligst hinsetzen? Eine Geschichte, die richtig Kohle bringt. Das wird aber auch Zeit. Wen sollen wir diesmal aufhängen? Ich weiss nicht genau... Los! Ja, keine Gefahr. Ich weiss ganz genau. Aber gar nicht! Es läuft alles nach Plan. 2 Millionen sind 2 Millionen. Enterbe ich dich! So blöd kann doch keiner sein... ...wie du. Ich glaube, sie übertreiben. Sieh... Weil sie zu perfekt ist. Das wird sich sicher alles aufklären. Tot sicher.